Ich habe eine sehr, sehr gute Neuigkeit für euch und zwar kann jeder von euch sich ein gratis Backpack freischalten, gerne liken und abonnieren nicht vergessen. Denkt daran, normalerweise mache ich Videos immer mit der Facecam, ein bisschen bessere MyQuali, aber ab Samstag bin ich wieder aus dem Urlaub zurück, dann geht das wieder ganz normal frisch weiter. Und zwar kommen wir mal zu dem gratis Gegenstand, gratis Air Max. Das ist wild, das ist richtig wild. Wir bekommen hier einen gratis Schuh, einen Air Max Schuh als Backpack. Was müssen wir dafür tun? Richtig, richtig einfach. Ich kann leider gerade nicht in Fortnite rein, weil die Fortnite Server offline sind, aber ganz easy. Ihr müsst ganz genau diese Creative Maps spielen. Ihr könnt es bei den Codes, also man kann ja Codes eingeben und ganz genau diesen Code müsst ihr eingeben. Dann müsst ihr die Map für 10 Minuten oder länger spielen, also 10 Minuten reicht, macht aber lieber 15 bis 20 Minuten. Steht da ein bisschen rum, lauft ein bisschen rum, dann bekommt ihr ab dem 28. ganz wichtig, ihr bekommt es nicht sofort heute, sondern ab dem 28. Also wenn wir den 28. haben, bekommen wir dann so langsam das gratis Backpack. Ab dem Zeitpunkt wird es dann alle verteilt und dann haben wir ein gratis Item, hier nochmal ein größer. Ganz nice, also 10 Minuten die Map spielen, macht es ein bisschen länger. Der Code ist oben rechts eingeblendet, ich füge euch den auch in die Kommentare ein oder pinne den an, wie auch immer. Und dann bekommt ihr ab dem 28. ein gratis Item.